In diesem kurzen Video möchte ich nur kurz zeigen, wie man Algodoo-Dateien aus dem Internet auf einem iPad bzw. mit der Algodoo-iPad-App öffnen kann. Und zwar, wenn ich eine Algodoo-Datei herunterladen kann, so werde ich erstmal gefragt, ob die Datei geladen werden soll. Klicke ich dann auf Laden. So, die geladene Datei ist dann hier in der Leiste und zwar bei dem Icon mit dem Pfeil nach unten. So, die Datei ist da, ich klicke auf die und um die zu öffnen, muss ich jetzt hier auf, ich glaube Teilen heißt dieser Button, einmal draufklicken, Algodoo auswählen und die Datei wurde geladen. So, die Datei ist da, ich klicke auf die Datei wurde geladen.